Da kannst du auch einen spitzen Arm, müsste ich nachgucken. Da müsste ich... Kommander, wir haben einige Verluste erlitten und noch keinen passenden Ersatz gefunden. Wir müssen weitere Soldaten über die Kasernen rekrutieren. Na, ich bin Anfänger. Heißt ja nicht umsonst, Snoopy, ne? So. So. Riechig. Wo ist er denn da unten? Nein, du kannst doch keinen Spitznamen, du musst erst höher steigen im Rang. Dann kannst du einen Spitznamen haben. Gut, damit haben wir den ersten Soldaten verloren. Yay. Okay. Wo dann? Schwanke. Kommander, wir bekommen eine Übertragung vom Rad. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Vor allem spiele ich für Sinn das allererste Mal. Ja. 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 Ich bin gespannt, wen wir jetzt verlieren. Oh nein, Kasumi. Ja. Na ja, wenigstens sterben hier. Seite an Seite. Das ist doch schon mal schön. Und ich kann snipen. Schuppiduppidu. Da hätten wir zwei Sniper, ne? Auch nicht schlecht. Ich will Chi nicht haben. Ich will Chi nicht haben. Okay. Ja, zwei Sniper. Ist doch geil. Ich hab ja auch noch nicht so viel. Der Rest ist ja auch eh verletzt. Der Rest ist ja eh verletzt. Nimm mich. Äh, ich will ja nichts sagen. Aber King, äh, Kong, Kong, du bist verletzt vier Tage. Sind alle Bendikis verletzt. Bis auf die, die ich grad habe. Bis auf die, die ich grad habe. Und wir sind recht schlecht. Scheiße. Naja. Vier Tage. Ja, ist nicht lang. Ist nicht lang. Nix, komm, vier Tage. Nächsten Einsatz bist du wieder drin. Alles gut. Wo die Missy spielt? Keine Ahnung. Spezial Missy. King Kong Kong. Ja, King Kong Kong. Ist doch ein toller Spitzname, oder? King Kong Kong. Komm, der ist ein Mädel, oder? Der ist ein Kerl. Hä? Das ist ja dieser Shin. Pfff. Wisst ihr was? Äh, okay. Wir bewaffnen nochmal hier nix. Können wir eigentlich nix forschen, sagt man? Verstanden, Commander. Verstanden, Commander. Pfff. Ist eigentlich ein Chineser, aber... Pfff. So, egal. Äh, so, weil man die Eden gepasst, schon halbwegs. Äh, Stimme Kopf. Boah, eigentlich bin ich so... Er hätte eigentlich mehr so Wind... Könnte ein bisschen schlitziger sein. Wird mal gleich gucken. So, Hautfarbe... Boah... Mehr braun... Passt schon... Frisur... Oh Gott... Wuschelwasch... Hat eigentlich mehr Frisuren... Ah, diese Helme... Ich mag sie einfach nicht... Oh Gott, oh Gott... Sgt. Jackie Chan... Oh Mann... Äh... Nein, in den früheren Filmen sah er schon so ein bisschen aus... Ah, ob ich schwarz passt... Eigentlich hat er keinen Bart... Außer in... ähm... Dings Kit... Rad Kit... Die Neuverfilmung... Hat er, glaube ich, einen Bart... So ein Drei-Tage-Bart am Anfang... Rüstung... Schöne... Gucken, was da wird... Wer nix wird, wird wird... Gų q subtitle... Guschle... Gauen... Golen... Golen... GO Zing... Wann kommt Davidu ins Spiel? Oh... Eine gute Frage... Eine Gute Frage... Mal gucken... Wann der gute Davidu kommt... Ich hab jetzt einfach mal ne Pfannenfigur gemacht. Mal gucken, wie lang die überleben wird. Also ich rechne jetzt nur noch mit Toten. Hi Davilu, grüß dich. Wenn man vom Teufel spricht. Ein super Missionsbeschreibung. Frankreich ist die Mission. Achso, ich sollte deinen Aim gucken. Entschuldigung. Das machen wir, wenn du tot bist. Es gibt weit verbreitete Spekulationen bezüglich eines Überfalls auf einen französischen Militärkonvoi. Aber gesicherte Informationen haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alienaktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Neues Ziel erhalten. Na, das wird bestimmt ein Spaß. Hier sieht es ja richtig toll aus. Cool. Ich würde sagen, mit Vorsicht. Zu begeistern. Ich weiß nicht, braucht man die Tür da hinten noch? Ich glaube, nein. Wieso kannst du nicht mal Deckung einnehmen? Ah, du bist so... Ah! Ach, Hammer. Ja, liebe Sniper. Ja, du nervst mich. Ich weiß. So, warte mal. Du kannst da Deckung einnehmen. Na, ich sehe schon, oben ist das Dach. Ist gut. So. Davilu, wie geht es dir? Hoffe doch recht gut. Ist was, ich gehe jetzt mit ihm aufs Dach. Mein Gott. Jetzt sind ja tausend Viecher, ne? Komm. Also. Aber zu deiner... ...dings. Ich glaube, du bist in dem Teil jetzt noch gar nicht drin, oder? Ja, weil wir haben jetzt Enemy Within gestartet. Komm, du bist gleich aufs nächste Sonstorf. Aufs Dach. Äh, äh, Quatsch. Alles gut. Ja, dann wollen wir die Deckung einnehmen. Geht doch. Geht doch. So, jetzt weiter Scharfschütze aufs Dach. Hi, Max! Grüß dich! Ja, ich bin immer noch am Stream. Ist der grellste Wahnsinn, wa? Hammer! Und der nächste, der da wieder keine Deckung nehmen will. Alter, ich könnte sie knutschen. So, warte mal. Ihr geht mal fröhlich durch die Tür da hinten. Ja! Alter, du nährst mich! Nur so Zinfo! Vom Dach aus kann man ins Haus schießen. Jo, das ist toll. Auf dem Weg. So, warte mal. Du gehst mal in die Kante. Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Äh, Mädel, du weißt schon, dass wir gar keinen Impulsbogen haben, ne? Mach mal so gut, by the way. Kann man da raus? Ne, ne? Obwohl, hier vorne ist ein Gitter, ne? Können wir es gleich öffnen? Packen wir es an. Oh ja. Hm. Ne, der Davido, der fährt Brötchen aus. So, wer ist denn hier? Kaiser! Kaiser, so. Wo kann ich jetzt nachgucken, wie viel Aim du hast? Fragezeichen? Zielinformationen. Cool. Und sonst, wenn es hieß, freu dich. So, 75. Was hat der andere? 78. Ne, 76 hatte der. 78. Ja, okay. Kann man nehmen. Alter, der Gute fährt morgens um, keine Ahnung, zwei, drei Uhr Brötchen aus zu den Bäckereien und so. Kazoo, ja. Warte, aber Kamera drehen. Danke. Alter, ich stehe jetzt so ohne Deckung, ne? Oh, fuck. Daneben! Oh, Glück gehabt. Da hat's aber Glück gehabt. Warte mal, wenn ich jetzt eigentlich das Rollgitter öffne, dann dürfte, warte mal, er hier ist ja auch noch dran. Und er sieht natürlich nix. Weil, baum! Ach nee, ich bin ja er. Ups, ich bin er. Oh, scheiße. Na gut, ich kann jetzt die Handgranate so... Kurbel, kurbel, hallo! Oh, meine, der könnte richtig schön nah gehen und ihm... Einer rüberm brezeln. Ach, aber der trifft doch bestimmt nicht. Ne, hier hat man ein bisschen Deckung. Na, 75? Das könnte doch was werden. Verursacht bis zu viel Schaden. No, fuck, Rauchwolke. Na gut, die ist nach hinten losgegangen. Okidoki. Oh, meine, 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 meh. Könnt jetzt aufs andere Dach rennen. Ach, scheiße, die Rauchwolke. Fuck, vergnäftet. Das war eine Rauchwolke. Nur so, by the way. Ich wollte die nur schnell aufs andere Dach bringen, aber hey. War wohl nicht der beste Plan heute. Das war wohl nicht der beste Plan heute. So, und du, äh... Hinter das Auto? Und ich hoffe, wenn du hier erstmal bleibst. Zumindest hast du dich zuerst losgeschickt. Ja. Schön. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. So ein Scheiß. Na, supi, na supi, tralalalala. Na, ein Punkt bisher. So, jetzt ist die Rauchwolke weg. Jetzt kann sie hinterher kommen. Jawohl, Sir. So, hier geht mein Rund weiter lang. Ja, wir bewachen jetzt erstmal die Straße hier vorne. Position bestätigt. So, der zweite Sniper. Ups, könnte man hier anlegen. Nö, nachladen ist noch. Ja, da stehst du ja gar nicht offen, ne? Also, ja. Ah, gut zu wissen. Äh, ja. Sind die auch älgens irgendwo? Ja, mach mal. Ja, beim nächsten Mal. Äh, 52 ist es nicht, du dolle. Da kommt, Kassel, ja, du schaffst es. Das stimmt. Yo, haha, sehr schöner Schuss. So, wir können jetzt alle aus dem Dach gehen. Das ist auch eine tolle Sache. Theoretisch, äh, da können wir hinten nachgucken. Oder wir gehen unten lang? Ich glaube, wir gehen unten lang. Oh, nein, nein. Die Sensorien anfangen noch immer Lebenszeichen in diesem Gebiet, Commander. Wir haben ein neues...